But if you close your eyes So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Von mir und Der ist gerade auf mich zugeflogen Von mir und dem Perfix Ich hab echt Probleme mit Namen, ey, wirklich Ich kann mir Namen nie merken, nie Das ist mein größtes Problem Kommt dann schon mit der Zeit Das sag ich mir auf der Arbeit auch immer Nein, klappt nicht Naja, immerhin steht in meiner Bewerbung immer Aber stets bemüht, also reicht Ich schmeiß mal die ganzen Pflänzchen hier raus Die ich nicht brauche Ist interessant, dass überall von dem Mystic-Kack Alles angezeigt wird Von was meinst du? Ja, diese ganzen kleinen Zeichen, die angezeigt werden Das finde ich relativ interessant So, ein Ei hat 5 Wolf und 5 Herzen Ein Stein hat 5 Natur und ein Blitz Sag mal, das ist ein Blitz Gibt's hier denn hier Schlafsäcke in dem Spiel? Nein, aber ich will den Betten So, ich würde mir erstmal eine Spitzhacke bauen Und würde mich dann mit dir zusammen in den Berg verkrümmeln Finde ich gut Sollte noch Eis einladen? Kann ich dir vielleicht da was nehmen? Ich nehme alles So, hast du davon Naja, ich habe noch eine Spitzhacke Nein, also Ich habe 5 rausgenommen Okay, dann bin ich die Die restlichen paar für mich Ähm, ja Zwei sind noch in der Kiste Ich habe ein Holzschwert Eine Steinaxt Und eine Eisenhacke Ich finde es schön, wie er Einfach das ganz subtil in meinen Bildschirm hochschiebt im Spiel Was hast du denn dein Ding gebaut? Äh, ein bisschen abseits hier von der Basis Basis? Das ist die Bergspitze Ich habe das Essen Und dann lege ich noch was in die Kiste rein Ja, das brauche ich alles nicht hier Dann kann ich dir gerne den Eingang zeigen Hier vorbei Das merke ich mir nie Und dann hier bei den Skeletten vorbei Okay Ähm, man sollte eigentlich vorbei kommen Bist du gerade gestorben? Schön Boah, Junge Geh mir nicht auf die Eier, Mann Leg dich mit einem anderen an Boah, stirb Boah, ich habe ihn Ich habe ihn Getötet Getötet Hier sind überall Creeper, aber nicht du Er hat ein Shirt an mit I love zombies Find ich gut Wow, was war das denn gerade? Wow Nenn mich Karate, Eddie Okay Was ist hier gerade explodiert? Ein Creeper Mal bei mir Alter Alter Lässt er mich hier einfach im Walde stehen? Ich bin gleich hier ab Lüge Lüge Ach, da ist er ja schon Oh mein Gott, ist das mein Ernst? Alter Ja Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts Ich will eigentlich nicht gerne hier rauskommen Aber hier laufen überall Monster um Drei Todespunkte, wie kriege ich die wieder weg? Jetzt bin ich rausgeflogen Okay Nein Nein Hat sich denn das Spiel aufgehängt? Oder was? Aufgehängt nicht, er springt mich gerade zurück zum Hauptmenü Hauptmenü, Verbindung unterbrochen Das ist aber nicht nett vom Server Nee Ich bin noch drauf Also das Wichtigste ist noch drauf Boah Nein Korb Korb Das war ein harter Korb Damit muss ich erstmal klarkommen Nette Begrüßung Nette Begrüßung Nein, nicht von dir Vom Creeper Ähm Von mir auch Aber sind die Gegner hier stärker als sonst? Ey, was ist denn los mit denen? So Ähm Ich hab sonst nie solche Probleme im Spenden Stürb nicht Hat gecheatet Hat gecheatet Er hat gecheatet Cheater So, wo ist meine Fresse? Hier Nette, bist du Ist das dein Ernst, Mann? Greif mich doch nicht an, ey Was geht denn mit ihm nicht? Ich hab die Mine ein bisschen abseits gebaut, sagt er Wo zur Hölle ist er hin? Ich bin noch im Spawner Ich bin auch gestorben Gerade wieder gestorben So, jetzt hab ich mal im Ernst Wie kann ich meinen Tode löschen? Eins, zwei, drei, vier Wenn du bei der Map drauf gehst Hast du unten die Wegpunktdette Wenn du auf J drückst, oder was? Genau Dann hab ich eindeutig eine andere Map als du Bei mir wird die dann immer nur im Dings oben größer und kleiner Option, Steuerung Es geht weiter Die Suche nach der großen Map Und einfach nur das zu verstellen Nehmen wir hier einfach mal J Und hier machen wir es weg Fertig Wenn ich jetzt J drücke, dann macht er die Map komplett weg Steuerung Solche machen wir nicht J Kann es sein, dass du meinen Grabstein abgebaut hast? Yo Okay Nur weil da wo mein Todespunkt ist Kein Grabstein mehr ist Ja, das richte ich natürlich aus, was ich habe gebaut Okay, ja, ja Aber ich geb dir gleich deine Axt wieder Äh, ich bin ja eigentlich die Spitzhacker Meine gern Das legen wir mal auf E Fertig Ich jetzt auf E drücke Aha Löschen, 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 löschen Ähm Du wolltest deine Ditter meine Deine Steinspitz Eine Steinspitzhacken Und Eine Steine Eine? Du hast zwei Steinspitzhacken Ja, das kann auch gut sein Und hier Ich habe noch ein paar Fackeln und ein paar Äh Mit etwas kleines zu essen Na, ich zähle hier aber viel, sag ich dir Du kriegst die Hälfte meiner Fackeln, okay? Ja, das kann man machen Obwohl es alles deine waren Kriegst du die Hälfte davon Ja Äh, braucht ein bisschen länger Hier unten Ist der gleich Jo, ich komme Sofort zu dir Ich habe übrigens noch dein Schwert Ne, nur mal am Rande bemerkt Okay, äh Ist ja auch ein Steinschwert Naja, ist besser als meins Ähm Kommen wir gleich nach Ich muss jetzt noch einen Wegpunkt setzen Ähm Können wir machen So Wir drücken auf Äh Neu Höhle Und Feuermayana Wie habe ich das gerade gemacht? Äh Äh Ich habe doch gerade eben die Map aufgerufen Ich habe keine Ahnung Was sucht du? Nein, ich habe gerade eben beim Drücken von Äh Für meine Wegpunkte habe ich die Map aufgerufen Die große, die ich eigentlich haben wollte Okay Jetzt weißt du nicht mehr, wie du die wegkriegst oder was? Nein, wie ich die aufgerufen habe Okay Boah, deine Art Tunnel zu bauen mit den Treppen, ne? Warum machst du die nur zwei? Warum machst du die nur drei? Du hast ja jedes Mal einen Kopf an Ja, das geht einfach schneller So, ich habe mich kurz gemutet Ich möchte da kurz was absprechen Soll ich hier unten einen kleinen Raum machen, damit wir wissen, wo hier der Anfang nach oben ist? Ja, können wir machen Ja, du kannst ruhig weiterfarmen, ich mache nur einen 3x3 Raum Wo vielleicht so auch eine Tour ist und ein Ofen Okay Ja, deswegen brauchen wir hier unten Truhe, damit wir das Wichtigste mit nach oben nehmen können So Nein 1, 2, 3, 4 Und danach wenn du meine Reden kommst Ist hier eine Löde Ja, das ist ja eigentlich Ja Wir hätten in der ersten Folge sagen müssen, dass die Folgen unregelmäßig kommen Ja, gut Das merkt man ja dann Meinst du? Meinst du? Und sie ist hier in der Beuge Wow, verrückt Hahahaha Ich brauche mich mal in die andere Richtung Welche? Ja, das ist auch mal in die Richtung Okay Ich denke die könnte noch etwas größer sein Ich komme Ich komme Jetzt komme ich Und ich komme Ich komme Wo ist die Hölle? Oh, hier Hataka, Patsche Oh, Eisen Hier ist ein Skelett Denke ich dir, das zu behalten Vielen Dank Aber ich logge es jetzt zu dir Wenn es dich abschießt Ich bin versteckt Okay, okay Ich bin Gleich tot Halbes Herz Der Flimpy klärtet mal eben hier Ja, das wäre super Immer muss ich die Schwachen beschützen Genau Genau, sagt er Aber mit den Items Die ich dir da Überlassen habe Ich habe Netaquartz bekommen Wie ist das denn jetzt passiert? Hier gibt es Erze Die Netaquartz Hier schon? Ja Ist ja crazy Ist er gerade wegen dir oder wegen mir explodiert? Wegen mir Aber das war eine kontrollierte Explosion Ja, die Die ziemlich nah an mir war, Alter Ja, aber die hat auch an mir keinen Schaden gemacht Boah, das war gerade very close Ich habe voll vergessen, auf mein Leben zu achten Wirst du Bienen sammeln? Nein Nicht jetzt Komm mal her Hier Siehst du das Aus diesem Quarzau Das ist Luftkristall Habe ich doch nicht draus gefunden Wie war es die putzen Habe ich hier auch Setzt aus dem da drüben Ja, Quarz, krass Er hat mich schon wieder rausgeschmissen Ich raste aus Warte, ich zeig dir mal Mann Das war mein Ausraster Perfekt Ja Super Er hat ein Spielwart gegen mich Oder deine Internetleitung Ne, ich belasse es bei dem Spiel Okay Ist gerade ein Block auf Redstone Und nicht nur einer Mein Schüler schreibt mir gerade Der hat morgen ein Vorstellungsgespräch bei mir Nice Ich hoffe, den nehmen wir Okay Kannst du da ausruhen Oder bist du nur einfach Angestellter? Ne, ich bin ja Suchtberater Ich arbeite ja in der Klapse Ja Und da ist es so, dass Er war ja Schüler bei mir Und wir besprechen dann immer als Team Wie das aussieht Ob wir uns vorstellen könnten Den im Team zu haben oder nicht Okay Und ich muss ehrlich sagen Ich bin 1,88 groß Und neben dem sehe ich aus dem Zwerg Okay Ich bin jetzt nicht gerade der breiteste Aber auch nicht gerade der schmalste Aber echt neben dem sehe ich wirklich aus dem Zwerg Von der Größe Und große Männer in der Psychiatrie zu finden Ist immer verdammt schwer Und der ist auch extremer Zocker Ein Jahr älter als ich Und es macht sauspaß mit dem zu quatschen Über alles mögliche Und ich meine Ich und er sind mega Football-Fans Also American Football Und wir haben halt einfach so viele krasse Themen zusammen Und es macht richtig Spaß Okay Dann müssen Sie ihn auf jeden Fall Auf jeden Fall Ich will ihn haben Okay Ja gut Ist immer wieder zurückgeworfen werden Das ist so ein bisschen sehr deprimierend in diesem Spiel Black Quartz Org Hm Bauen wir einfach mal alles ab Aber hier in dem Spiel gibt es auch ein ME-System Ja dann ist es Wofür ist das Zeug gut? Was meinst du? Ich habe jetzt diese komischen Lichtdinge abgebaut Diese Diamanten da? Also nicht Diamanten sondern Ne ne die Kristalle Ja die Luftkristalle Äh Habe ich auch nicht daraus gefunden Was die gutsten sind Glut schon schiefeln Das äh Ist bestimmt so Meinst du? Ja ja Mein Glut spricht mir gleich bestimmt irgendwie so ein Monster ins Gesicht Und dann so Peng Voll in die Fresse Hier auch die ganze Zeit Monster Aber ich kann dir nicht sagen Wo die Geräusche kommen Silber Baue ich noch nicht ab Brauche ich noch nicht Kohle Kohle Was wir sagen Wenn wir da noch eine Blitzhacke haben Ja Ein bisschen Kopper Also Kupfer abbauen Brauchen wir auch immer wieder Und das ist die Dörfhöhe 45 Wenn ich das richtig im Kopf habe Dich vorher informiert, ja? Glaubst ja Hast du dich vorher informiert? Nicht schlecht Also informiert Ich habe mich einfach halt im Lauf Singleplayer-Spiel Habe ich mich da ein bisschen informiert Sowas Ich höre immer die Monster Ich höre immer die Monster Aber egal ist das ich da gleich Nein das ist doch nicht die Monster Party reingekommen Ja Nur Risks, No Fun Naja das ist Naja das ist vielleicht Deine Monster Eins nicht? Momentan nicht gerade, nein Okay Ich habe die Monster Party gefunden Nice Jetzt noch wüsste wo du bist Würde ich dir so ja helfen oder teilnehmen an der lustigen Party? Ja Das ist ja Nichts Gefährliches Hab den Schindel hier schön auf Abstand Schlagt ihn jetzt die Tote Ist aber nicht nett Heißt du kannst nicht immer alle töten die dich ärgern? Theoretisch ja Das wäre aber unchristlich Ja Kann nicht immer christlich sein Ja okay gut Bisschen nehm ich Steak ein Hast du recht Ja Wir können nicht immer christlich sein Was habe ich denn auch so Fuck Ich glaube die zweite Minute wäre auch schon vorbei Wenn ich so auf die Seiten schaue Ich glaube die Zeit ist schon vorbei Ey es sind 20 Minuten schon um? Ähm Ey es ist übel oder? Ja es geht sehr schnell Es ist arg schnell Aber wenigstens haben wir hier Es ist nur Ressourcen gesammelt Aber noch nichts an der Base gemacht Noch gar nichts Ähm Ist ja auch nicht das Wichtigste Na sagt das nicht? Ja noch nicht das Wichtigste sagen wir es so Okay das akzeptiere ich Okay sehr schön Ja Ja So dann müssen wir die Folge ja schon wieder beenden Ich denke es ja Ja und dann Hoffe ich ähm Zuschauer schon bei der nächsten Folge wieder vorbei Dass ihr viel Spaß hattet Dass ihr auch eine Bewertung da lasst Wo geht es jetzt zu dem Ausgang? Genau Was gibt es noch nicht? Ich weiß nicht ihr kennt ja die Spielchen alle Alles was man machen kann Ihr wisst schlechte Kritik ist auch Kritik Damit wir uns verbessern können Genau Oder auch vielleicht Tipps Wie wir die Turtles ersetzen können Stimmt ne? Soweit ich weiß im Endeffekt nicht enthalten ist Vielleicht gibt es ja hier irgendwie Bohrer oder so Mal gucken Ja äh Bohrer gibt es Nice Einfach hier durchlaufen Alles mit dem Bohrer abbauen Weniger nice Geht schon aber Naja Auch noch genügend Energie Okay Alles klar Ich will spontan sagen Sehen uns beim nächsten Mal Leute Haut da rein Säger 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 Deine Halt Säger